hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge out of reach wie immer mit dem lieben nexus halli hallo und es ist immer noch nacht wir haben bestimmt eben zwischen den beiden folgen locker zehn minuten gewartet und es ist fucking immer noch nacht von wegen kurze nacht das war wohl voll der fail aber das sieht richtig geil aus entschuldige wenn ich mich jetzt mal unterbreche wenn dieser schein von den bäumen und so weiter wir haben natürlich auch schon einiges abgeholzt es ist ein bisschen ersparen das sieht auf jeden fall sehr geil aus das stimmt ja 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 ich wie gesagt third person ich spiele gerade mit der person ach so ich hab first person okay tür zur steppe hin ja aber ja ja würde ich sagen dann brauchen wir wende genau und da fange ich mal mit an ich habe ja schon ein bisschen bisschen holz haben wir schon mit der third person kannst aber echt beschissen bauen er hat auch vor und nachteile dann ja dann brauchen wir noch eine tür dann machst du okay so jetzt müssen wir gucken mit diesen komischen pfeil an na ja 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 das kann ich setze ihn jetzt mal einfach dass hinkommen warte mal ich gucke wo die decke ist finde ich nicht holzdecke der fünf erstmal außen rum geht ja sowieso immer bin schon geselle im bauen jetzt einmal drum ist jetzt weiß ich nicht hier geht und ich auch gerade da lass mich weg nackt da robinson crew so verschnitt so irgendwo sollten wir uns jetzt mal gucken mehr geht ja leider nicht mit dem ein jetzt sollten wir uns vielleicht mal überlegen wo wir die treppe denn hin haben möchten sagen hier oder hier ist ja die tür direkt hinter der tür hier so was hier rein so nach da oben hier aber ja oder da ja mach wo du meinst ja warte mal mal gucken ob ich noch genug holz habe für eine tür äh treppe gerade treppe aus holz nummer vier wobei da brauchen wir die beiden foundations hier zum beispiel oder oder wie die heißen hier holzdecke ja schon mal nicht setzen aber nicht das stimmt dann haben wir nur diese eine reihe da wo du gerade stehst die gemacht werden muss die stellen auf decke oben das ist nur fünf ich habe kein holz mehr aber ich aber noch da geht schon wieder nicht mehr zwei holzdecke müssen wir noch bauen ja meine fackel ist jetzt gleich schon weggebrannt wahrscheinlich so machen kurze nacht ja kurze nacht das ist der lacher des jahrhunderts hier so decke ist zu das habe ich noch an holz 2 4 6 800 900 habe ich noch oder weil ich genug so ich so wie es ausschaut geht ja zumindest geht der moment gerade unter ja ja ganz langsamer wende mit fenster machen ja genau überall oder mach wie du denkst kann ich denken ich bin als player bei mir zählen nur resultate ja du kannst gerne überall weg machen oder jede zweite oder was jetzt habe ich schon angefangen das ding ist ich kann jetzt nichts mehr sehen weil ich keine wackel mehr habe meine ist leer ah ok meine ist noch nicht leer wo sollen wir den tisch denn hin bauen sollen wir den hier oben hin bauen ja auf jeden fall oder äh falscher knopf den wollte ich äh schreibtisch des bauherrn 1 hier oben hin ja da weil dann wird er wenn die wand von außen weggebombt wird dann wird er auch nicht gleich getroffen oder so ach jetzt kann ich nicht mehr bauen weil ich wollte nämlich das fundament von oben äh von unten so wie wir es unten gebaut haben eigentlich übernehmen weißt du dann hätten wir das äh gleich aber ach ja du hast mir ja keine bauerlaubnis mehr gegeben name äh aber großes n ich konnte nämlich nicht äh ändern nein äh name von unserem clan wie sollen wir uns jetzt gerade mal nennen RLC hatten wir doch gesagt oder ach beides RLC ja gut hier irgendein blau oder lila oder was weiß ich kann Farben eh nicht so gut ja das äh überlassen wir dann euch genau erstellen den clan verlassen vom clan trennen clan emblem bearbeiten clan mitglieder haha der ist von Nilfaird getötet worden oh das blüht uns auch noch ey nein spieler muss neben dir stehen du musst mal hochkommen hier oh ich war grad am holz fällen so steh neben dir äh und jetzt nochmal auf plus und dann n e x u s jo und sie wurden mitglied vom r e c klam oh wir haben piraten emblem auf jeden fall so ich hab dir auch mal alle rechte gegeben die es gibt ja weil ich hab ja noch ein bisschen holz nicht mehr viel aber ein wenig oh da hinten seh ich ein elefant im hintergrund oh cool zeig mal na da rüber guckst du da so ah da ganz hinten ja wir sollten aber auch nicht alle bäume hier wegnehmen zumindest zur steppe hin dann ist unser haus ein bisschen bedeckt ja alle bäume wegnehmen alles klar ja die wachsen ja eh nach weißt du ja klar aber jetzt zu Anfang gerade sag ich mal würde ich das schon äh begrüßen wenn wir so ein bisschen Schutz durch den Wald haben ja sollen wir uns erstmal ein Bett bauen sollen wir unten schlafen ja ne ja können wir machen wie du willst ich baue mir mal ein Bett weil wenn wir dann abgemurkst werden dann können wir hier wenigstens wieder spawnen ja das ist korrekt ich würde das gerne andersrum haben geht das irgendwie nein okay der nicht ach so ja genau so rum wollte ich das sogar das sah bloß falsch rum aus gut wo stelle ich denn mein Bettchen hin stelle ich denn meins neben dir wollte ich nicht ach komm wir schlafen nebeneinander ah so wollte ich das haben oh nein 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 meine Fackel Alter wir haben ein Holzhaus kannst du hier nicht mit Feuer spielen alter warum nicht geh raus ackern das ist ja gut erstmal machen wir aber noch was anderes nämlich B äh holztreppe wo ist holztreppe 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 hast du bestimmt schon wieder übersehen ah da ist er damit wir auch vernünftig ins Haus reinkommen weil das regt mich nämlich mal auf wenn man da hängen bleibt bleibt bleib mal da hängen habe ich gar nicht mitgekriegt ja oh hier ist auf jeden fall ähm russisch beliebt wie soll einer geschrieben ach da ja ja oben oben rechts ja gut oh mach ja nix ne sind wir beide russen ja es ist aber äh eigentlich ein EU server ja aber machs mal mit ne äh fang ich auch schon damit an so wie du ey das steckt an hast 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 mal mit ich hab immer verstanden machs mal mit so ich hab auch schon mal vier Kisten hier hingestellt weil sehr gut ah wir können auch mal äh schon mal für äh flachs zoombeet bauen so ein kleines obwohl das können wir besser ganz oben machen ja genau das hab ich immer gerne ganz oben weil da machen wir ja auch nur noch so ein halb dach genau ich verbreze jetzt noch mein letztes Holz gerade für das dach hier ja hast du denn die äh die Strukturen von unten angenommen oder die Strukturen von unten angenommen hä ja ich weiß jetzt ich weiß jetzt nicht wie ich das anders erklären soll ähm den Pfeiler für die Decke ja oder hast du die noch gar nicht gebaut hab ich noch gar nicht ich hab erstmal außen rum gesetzt die die gehen äh beziehungsweise bis mein Holz leer war ja guck mal ja mehr hab ich noch nicht und ich dachte dass hier die Treppe hinkommt also dass sie dann von hier nach hier geht weißt du dann kannst du einmal so rum gehen typ typ ah ok wie das Treppenhaus so in der Mitte mhm dann sitze ich die natürlich ein wenig anders geht nicht na toll hast du noch mit naja das äh das äh ist nämlich auch mein Lebensmotto das äh ist nämlich auch mein Lebensmotto ja meins auch Holschimus heißt der Typ also Holz brauchen wir immer echt viel ey wenn du dann nicht mal fünf Gathering hast dann bist du schon echt richtig lange am Holz vergehen ja ja das ist ja nicht umsonst gibt es die Errungenschaft Fälle 5000 Bäume oder so echt? ja es gibt glaube ich eine Errungenschaft äh Fälle 500 Bäume die hab ich tatsächlich schon ja gut und das ist ja auch schon ein paar mal aufgenommen ne ja und es gibt eine Errungenschaft äh Fälle 5000 Bäume ja aber als ich die ersten beiden Staffeln Autofreads schon aufgenommen habe da gab es noch keine Errungenschaften ich bin irgendwann mit Faustus einfach mal ins Spiel gegangen und hab Errungenschaften gefarbt haha Alter das war hart so ich muss mal ein paar Beeren essen ah jetzt haben wir wieder das gleiche Problem wie letztes Mal mit den Pfeilern meinst du? ja ja Pfeiler sind cheat vor allem müssen wir unsere Hütte jetzt langsam fertig kriegen Bogen bauen und Tiere jagen weil wir ja Fett brauchen um neue Fackeln für die nächste Nacht zu haben dann können wir das nochmal zerbauen ja das bauen ist hier also mit den Pfeilern ist irgendwie auch sehr doof aber na gut muss ja abgestützt werden irgendwie ne ja gut klar aber es ist dann schon sehr nervig ne ja ey dass man da so viel Holz rauskriege aus einer so ner Palme hier genau so ne Palme hab ich bei mir in der Stube stehen ja dann wenn du die Felse machst auf jeden Fall mach genug Holz probier den her erst mal aus jeden Fall das will ich ja jetzt auch wissen bau ich mir ein neues Brett ey ha so ich komm aber wieder zurück und guck mir dein Meisterwerk an na guck lieber nicht oh scheiße ich weiß gar nicht mehr wo die Tür ist ah hier das hat er ja auch richtig hübsch gemacht ne den Eingangs komm ich jetzt nicht mehr rein ey erstmal Tür dicht ey man geht durch die Dinger hoch aber guck mal hat er das super gemacht ah es geht da da nicht anders viele Dinger aber was willst du machen halt ne ja lass mich mal durch nö schade eigentlich jetzt haben wir hier wieder das Problem ich könnte kotzen ey ich weiß nicht also das Bauen ist echt problematisch noch bei dem Spiel Arschkrampig ne ja ja richtig ey es ist voll Diva Bau aber ok ey aber das was wir letztes Mal in 3 Folgen gemacht haben haben wir diesmal in 2 geschafft eigentlich oder? ja gut wir haben aber auch über die Nacht ähm Holz gefällt die ganze Zeit ne was wir da nicht gemacht haben hast ja recht hast ja recht ja das Ding ist unser unser Haus hat 3 Etagen ja äh das fällt auch gar nicht auf weil irgendwo mitten in der im Wald da bringt das nichts das wir im Wald wollen weil wir hier so ein Hochhaus hinpflastern alter ja eigentlich schon ne äh ich Plattenbau so wo ist das Dachhaus äh mein Block mein Block ja ist klar hier könnte ich einen hinbauen weißt du ja ja immer da wo man die nicht haben will halt ne ja aber wieso wieso kann ich hier einen hinbauen das stützt fast gar nichts ab weißt du das stützt ein einziger Pfeiler ab ja das Ding ist du kannst die Pfeile auch so verschieden setzen wo willst du denn da hin haben da da musst du halt mehr Pfeiler bauen warte mal eins ja ich hab noch nicht Holztür ich will doch gar keine Holztür ja ich hab noch nicht mehr genug Material für den Pfosten ja jetzt geht es auf jeden Fall mhm warte ab doch das geht das weiß ich boah endlich hehehe voll sind du hast nicht mehr genug Material oder ne ich hab gar kein Holz mehr ach da war ja dieses äh Palmen Dach jetzt ne was war das nochmal für eins ach Stroh Dach genau und dann haben wir das auch fertig und dann können wir auch schon Blumenkästen bauen ja und das alles noch in dieser Folge geschafft fertig schnell mal schnell Blumenkästen hin hast du noch Holz ja dann können wir schon anfangen Blumenkästen Blumenkästen da Blumentöpfe meinst du wohl Junge ja 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 diese Lütten Dinger halt doch vier Stück müssen ja reichen oder äh jo Lachs da heißt es immer noch Flax übrigens Leute ja Flax hast du noch welches oder was ne ich hatte einmal Flax und einmal rote Beeren ja ich hab noch einmal Flax jetzt also achso na gut ich hab keine mehr kein Problem dann bauen wir jetzt hier nochmal einen hin und Flax nicht voll was denn doch er hat Flax genommen ich hab einfach einmal kurz äh Inventar gedrückt und dann hat er schon irgendwas da reingesetzt achso sooo aber wir sind glaube ich auch schon wieder am Ende oder genau äh vielen Dank fürs Zusehen bei dem wiederholten Bau unserer kleinen Hütte aber wir sind ja eigentlich schon fast fertig äh wir sehen uns beim nächsten Mal den Kanal Link vom Nexus findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung ist schön wenn ihr das mal aus der Third-Person Sicht sehen wollt das macht er ja gerne denn guckt das doch gerne mal wie ja aber nicht die ganze Zeit okay aber ab und zu ich mag Third-Person gar nicht so gerne bei diesem Spiel zumindest nicht alles klar wir sind raus lass gerne ein Like da bis dann Ciao Tschüss jetzt